Wie war der Fahrer am Flughafen, der Empfang hier, war alles sehr freundlich. Und so war nach zwei Minuten alles in Ordnung. Die ersten Ängste waren weg. Für mich ausschlaggebend war die große Terminblöcke. Das heißt, ich komme hier eine Woche oder fünf Tage hierher und kann sehr, sehr viel in kurzer Zeit erledigen. Dender Prime ist für mich fortschrittlich, modern, kompakt und sehr zielführende Zahnbehandlung.